Hallihallo, ich fahre Standard-Szenario, Gott, dass ich mich heute nicht verharschelt, bleiben reden, verharschelt, Standard-Szenario, Köblitzer-Bergland. Tag Kollege, der Verein hat den Triebwagen, den BRR angemettet, um den Verkehrs- und Vereinsmitglieder von und nach Wildauer transportieren zu können. Unsere Leute, Wildauer warten dort auf den RE aus Artenburg und dann geht es wieder zurück, jetzt zieht es von der Band, also, ja, mei. Mein Lässer, die Sanit, unbedingt der Beste, muss ich starten, dieser Zug, na, dieser Zug ist eingeschaltet, ja, ich muss mich jetzt mal einen richtigen Knipfel suchen, Licht, das passt. Licht aussen, passt auch. Okay, das ist tiefer. Okay. Open the doors, please. Bin ich schon zu spät. Für die Szenarien sind 40 Minuten noch gegeben. Na jo. So, nehmen wir eine Ausfahrtsgeschwindigkeit von 40. Fahrstufe 7 ist das Höchste, was wir haben. Fahrstufe 7 ist das Höchste, was wir haben. Ja, das ist schon ein niedrig enger Radius, wenn man das so sagen darf. Da nehmen wir, glaube ich, einen Stoff, dass wir da ein wenig Zeit einholen. Das ist ein bisschen vorsichtig. So, da haben wir, glaube ich, die Szenarien. Da haben wir, glaube ich, die Szenarien. Da ist schon geile Strecken da, kann man nicht sagen. Ah cool. Das ist ja eingeschaltet, was ist das? Ich muss mir die Hilfe einschalten da. Ich muss mir die Hilfe einschalten. Der ist schon so gut. Wenn man machts Pomo, das fliegt in die Luft. Das ist schon ein ganz hübsches Gefährt. Jetzt pfällt man. Die Schwedigkeitsüberschriftung. Nein. Vergiss mir. Drei Meter. Ich habe zwei Künstler gepflegt. Die Schwedigkeitsüberschriftung. Die Schwedigkeitsüberschriftung. Die Schwedigkeitsüberschriftung. Die Schwedigkeitsüberschriftung. Drei, da sie alle. Die Schwedigkeitsüberschriftung Zug. So, das Halt erwarten ist das, glaube ich, oder? Oder nicht? Oder mit 40, heißt das, glaube ich. Na, zumindest nicht bei deinem Signal. Also, dieses Diagnet ist ein bisschen wilder. Okay. 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 Komm, komm, komm. Ich habe einen Zehn Kammel und ich habe einen Bordelbegang. Na komm, löst die Bremsen. Na komm, löst die Bremsen. Ich bin jetzt da, wo ich bin. Ich bin jetzt da, wo ich bin. Ich bin da, wo ich bin. So, noch mal geht nix im Boden, wenn wir kommen. ... ... ... ... ... ein neues Stück löst Untertitelung des ZDF, 2020 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 So. 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 So.